Ha! Stopp! Stopp! Jetzt habe ich dich am Arsch! Lalalala! So, was heißt das? Ja, hast aber zu spät erkannt. Du bist schon am Schild vorbei. Also, Gang raus! Ja, Gang raus. Na, Chrissi noch raus? Was ist denn da jetzt? Ja, muss mal ein bisschen mit dem Schleifpunkt spielen da. Hast du? Ah, jetzt ja. Ja, so, Ständer runter. Genau, dreimal um Baum. Dreimal um Baum. Dreimal um Baum. Los, zack, zack, zack. Ja. Wären verboten Einfahrt. Wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Bitte. Du sollst ja keinen Sonntagsspaziergang machen. Ja. So, das waren jetzt dreimal, ne? Ja, das waren dreimal. Jetzt darfst du wieder aufs Moped und jetzt darfst du dich so verhalten, wie du musst, ne? Du Knaller, hier fährt man nicht in Verbote Einfahrt rein, ne? Da steht doch Motorräder und mehrsprüge Fahrzeuge, ne? Ja, ich bin ja noch nicht komplett drüber. Na, 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 ne? Also die Stelle wirst du wahrscheinlich nicht noch mal reinfahren, ne? Ne, ja. Ne, ich glaube auch, ne? So wie beim letzten Mal. Und beim nächsten Mal kannst du hier Krokusse sammeln, wenn du es noch mal machst, ne? So wie beim letzten Mal. In die Straße werde ich auch nicht mehr reinfahren. Das will ich einfach stark annehmen, ne? Du bist mir auch ein Yachthund, du. So, dann mal los jetzt. Stück rückwärts und dann geht's links rum. Automatisch, ne? Jo. Und beim nächsten Mal, wenn du sowas noch mal machst, ne? Ja. Dann bittest du gleich um harte und gerechte Bestrafung, ne? Ja, nee. Ja, nee allein. Wo lacht jetzt? Wie bitte? Wo lacht jetzt? Keine Ahnung. Na, natürlich. Geht ja dran. Wie bitte? Ach, wir müssen ja wenden. Ach, wir müssen wenden. Ja. Ja, und nun erzähl du mir noch mal, das mit dem Baum hat nicht geholfen. Jaaa. Ne? Jaaa. Hast du gedacht, jetzt willst du nicht, der Baum ist dicker, dann willst du nicht auch noch mal rum müssen, ne? Bei der Geschwindigkeit vorhin dauert, ist der Weg auch länger, ne? Weil der Baum so dick ist, ne? Oder was? Na, siehste, hat auch gewirkt. Hahaha.